dann hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play pixel 2 ich bin julie ich bin charlie ich bin enno und gemeinsam mit jusha und hier ist der black ripper wir werden es niemals hinkriegen obwohl bei mir waren ich und enno relativ synchron bei dir sind du und enno immer synchron nein das letzte mal war ich und du relativ synchron vielleicht ist es ja bei mir das zeit kurz gelackt es liegt es liegt immer an euch schön dass das jetzt geklärt ist dass er so gesehen dass du immer voll irritiert bist wenn alle drei reden genau mit wem wir jetzt mitreden sollst wenn einer zu spät einsetzt wenn ich schon anfangen mit ihnen ein gleich zu reden und dann eine zu spät einsetzt bin ich so durch das war's denn ich brauche holz 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 das problem hatten wir alle schon holz 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 ja das ist ein verkäufer ja ich erst am anfang der folge und enno hat holz von mir gekriegt und ich war auch schon los echt und hab was für den bekommen am anfang hast du das ist das das ist das portal da wird also hingestellt ok lauf mal durch äh na nein aber wenn du da schon so wenn du da schon so sagst hier ist adit und kobalt super hier hat das extra nur für dich gebaut und du willst da nicht durch ich bin auch total enttäuscht das halte ich das halte ich dass er das extra nur für mich gebaut hat jetzt bin ich gekränkt ich hab's nicht gebaut um meinen adit und kobalt zu bekommen sondern nur für dich genau ich bin auch erstaunt über meine arschlöcherichkeit ja auch dein misstrauen verletzt enno sehr aber hallo wenn charlie so von der folge ja geht mal durch ja das war nur so dann erwartet mich da regel nach reich wahrscheinlich irgendwie eine falle wo ich runterfall und schon mal sterb ich war doch noch nicht und auch schon durch ich nicht das heißt nicht dass es da nicht ungefährlich ist aber du fällst dich direkt aus dem tor weg oder so nicht direkt aber also man kann rausfallen naja oder ein schritt zu viel nach vorne gehst dann könnte es passieren dass du stirbst weil genau das meine ich direkt da ein lavateich kommt aber das wäre doch witzig das tor für euch ja enno ich glaube unsere ansichten von witzig und nicht witzig unterscheiden sich hier teilweise mal kann nicht sein nicht witzig dabei habt ihr beide einen extrem schlechten humor was das zeugs kann ja deswegen wurde ich auf ayu schon aufgenommen weil ich so gut einpasste mein humor ist 1a oh gott darüber lässt sich streiten zwei blöcke nach vorne zwei blöcke nach hinten weil ich meine das ist alles wert jetzt nehme ich mal ein schwert mit ich mach mir ein allgemein mal neue was ist denn das stahlschwert das stahlschwert ist tatsächlich hässlicher aber macht mehr schaden um 0,5 diese aufladezeit ach naja ok boah was wachsen hier überall nur für kruppelbäume ey irgendwie habe ich mich der verlaufen das ist ein scheiß ja man muss ein bisschen weiter weglaufen um vernünftige bäume zu finden ich will jetzt einfach die kruppelbäume weg hoffe dass dann irgendwann genug sitzlänge für mich rausspringen dass ich welche neue anbauen kann kann ich eigentlich oh cool wenn ihr euer zeugs eure kaputten items in den dingen haut also in der werkbank oder halt in euer menü dann könnt ihr die so ein bisschen wieder reparieren also ihr könnt eure kaputten sachen zusammenfassen das hat bei mir jetzt natürlich null gebracht weil meine sachen heil waren aber naja nehmen wir mal an du hast zwei kaputte schaufeln den kannst du beide kaputten schaufeln übereinander in deinem handwerksfach da liegen im inventar zum beispiel ach so ja 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 und dann kriegst du eine heilere dabei raus ok das ging früher nur mit dem anboss ja aber ich warte mir immer so lange bis die weg sind ganz früher ging das nur mit dem anboss ging es schon etwas länger ja aber du musst überlegen du ist zwei jahre älter aber eh ging es nur mit dem anboss mit dem anboss geht es nur dann wenn du äh Zauber-Effekte die da drauf sind äh aufhalten möchtest aber es ging schon vorher nein als du nur verzauberte sachen waren danach unverzaubert was ich war nicht vor 15 jahren 15 jetzt hat charlie julies alter ausgeplaudert oh 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 das gibt noch gute ja gleich kommt die oma hier rüber und dann gibt es älger überhaupt nicht dass wir genau gleich alt sind also julie war vor 15 jahren natürlich nicht 15 das heißt wir nicht vor 15 jahren 15 jahren das kauft uns auch keiner ab mit unserem geistigen zustand von 6 nein nein jetzt komm ich da nicht mehr rauf nein die Erde ist weg ich komm hier nicht rauf von außen guck dir doch Gronkh an der ist auch teilweise oder der ist auch nur auf fast 12 im weisigen alter ja fast 12 fast 12, 30 und ewige 21 ne wenn man mal sein reales alter bedenkt dann kommt das mit 30 und geistig doch schon hin ja aber das heißt doch jeder Gronkh mittlerweile 40 ist was ich dachte er wäre wirklich fast 12 seit jahren seit jahren ja so was ändert sich nicht das bleibt hallo hallo Gronkhs großes vorbild war Ash aus Pokemon ja ja klar der ist auch immer 12 geblieben ne jetzt stimmt 10 sogar mich nervt das dass die Leute wirklich anfangen ja der liegt im Koma alter das ist ne Kinderserie der darf für immer 10 sein achso ah du meinst diesen ganzen übertriebenen ja Lust davon sich geben naja diese ganzen Verschwörungstheorien alle gucken und so ne aber das die den übertreiben und das wirklich abkaufen geht einem teilweise echt auf den Sarg das ist ne Kinderserie obwohl es gibt da tatsächlich einige Parallelen die diese Theorie befürworten Fett B Dennis es ist ne Kinderserie das ist mir egal die müssen nicht logisch sein es gibt auch es gibt auch genug andere Kinderserien die Anspielungen für Erwachsene haben das ist Schwachsinn das ist der größte Schwachsinn den ich je gehört hab also überzeugt also mir würde diese Theorie überhaupt nicht gefallen also mir gefällt diese Theorie nicht von Gefallen und und nein das sind ja auch nur wieder andere Sachen ne nein hättest du mich ausreden lassen nein so nicht mich hat ne verkackte Loa angegriffen ja was in der Hölle ja aber die Monster sind doch sehr cool hab ich dich schon wieder angemacht ja wolltest du glaub ich oh kann sein dass ich die Monster wieder angemacht habe oh wie sollst du das gesagt und da Pixelmon in der Hölle nicht fasst jetzt kann es sein dass es da normale Monster gibt ja aber ich könnte allerdings auch mal nachschauen ich könnte allerdings auch mal nachschauen oh ich hab nen Schweine Spawner gefunden Zombie Pigments und so sind nicht gespawnt ok dann also bei mir waren auch keine Monster dann liegt es fest ähm Lohen ich glaube die Lohen werden auch von diesem Command nicht erfasst das genau so wie die Spinnen wie die Spinnen wie die Spinnen kack anderen Viecher also musst du noch mal in dem in dem in dem Screenshot gucken den ich dir gemacht hab da stand genau drin welche nicht davon beeinflusst sind dann hab ich die Monster aber tatsächlich nicht wieder angemacht oh guck mal einer ist wieder da hey hey was mit den Lohnen war ihnen zu viel ich wollte eh grad wieder zurück du spielstress oh ne wenn da Lohnen sind dann ne lass mal du ich hab 40 Cobalt Blöcke mitgebracht das will man mehr ok 38 aber egal Blöcke oder also nach Charlies Rundung sind es ungefähr 3000 wollte ich auch gar nicht sagen ja na ich runde immer ab wie es für mich am besten passt also so stimmt es nicht wie es für dich am besten passt wie es für mich am besten passt ja dann ist es keiner als dem das wir nie verstehen werden natürlich nicht toll das ist ein Charlie Only System naja das ist ein wir diskriminieren alle anderen System kann ich noch hören ja gut ich hab doch eben mit dir gesprochen reicht doch ja aber meine Soundkarte hat gerade so ein vieles Geräusch gemacht deswegen dachte ich ich glaub das hör ich sogar auf ja du kommst grad so schlecht an abgehakt bist aber hey wieso reicht doch reicht doch wenn Charlie ihr System versteht naja naja die müssen ja ständig damit leben deswegen ich hab auch einen höheren Kingheits-Charlie das ist doch nicht dein Problem ja na so nicht ja so nicht ja keiner gesagt funktioniert unser Spaß aber darüber nicht mehr ja klar funktioniert das noch ja also sagen wir weiterhin einfach random zahlen ja die hat sich verlaufen ok aua bin ich froh dass diese Dinger da drin sind ich bin auch überhaupt nicht runtergefallen ich hab ich will kurz nochmal nach hause zu gehen um meine Tasche auszuleeren das Problem ist nur ich hab mich runtergegraben ok ich muss jetzt mal ganz kurz gucken was auf meine Map wo ich meine Höhlen markiert habe ach du bist noch gar nicht da ich war teilweise schon total glücklich dass du nicht zu mir gekommen bist ich war noch gar nicht los ne ich hab immer nochmal für Essen gesorgt danke echt danke Höhle und Höhle meine Musik ist aus Gründen aus jetzt ist sie wieder an machen wir Dorf 1 aus und mach mal die erste Höhle ist 151 Meter weg ist ja krass könnte man hier auch Wegpunkte teilen kann man äh echt? sehr verschieben ja wieso auch hier wenn du deine Wegpunkte aufrufst kannst äh ist da ganz rechts steht der Chat dann schreibst du dir in den Chat und dann mit Shift und Rechtsklick können diejenigen dann die Wegpunkte in ihr in ihre Cap übernehmen ok das war nicht das was ich meinte aber ist ok wieso was meintest du denn? dass man einfach nur auf Teilen drückt und jeder hat den Wegpunkt wollen wir mit Pen gehen obwohl es dann gar keine wie soll ich hier Pen gehen? ja war eine wöde Idee so blöd 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 was ich total gerne mache wenn ich irgendwie so spiele wie ein Minecraft spiel ist nehmen wir immer eng eine random Playlist von Spotify und hören das im Hintergrund das heißt du hörst ganze Zeit Lieder die du null kennst ist das nicht angenehm? ja geil warum nicht? das garantiert dafür dass du nicht mitsehen kannst das ist immer sehr praktisch ah das ist ja ne ja praktisch frei hier waren meine Worte ja kann ich bestätigen ich muss hier so lange drinnen bleiben dass ich bestätigen kann dass Jübeli nicht hierher geht langsam geht mir auch das Essen aus und zu was hast du halt gesummt? ich weiß es nicht ah wenn nicht ich kann ihn auch machen jetzt macht er auch noch weiter jetzt habe ich ja ja jetzt habe ich dann müssen schapel sind nicht langsamer wenn sie paralysiert sind? äh nicht langsamer seltsam okay ich meine dass äh Paralyse auch äh die Initiative senkt keine Ahnung ich hasse diese Attacke von ganzen Herzen deswegen achte ich nicht drauf Paralyse? hasse das wenn du selber bist oder auch wenn es gegen andere anwenden ist? ach wenn es gegen andere ist, ist mir das egal es geht darum, dass ich es bin ja und das andere war ja langsamer und habe mich trotzdem zuerst angegriffen und das hat mich ja irritiert vielleicht hatte das eine Attacke, was die Ding steigert hallo Enno hey äh zum Glück habe ich Bandstein mitgenommen davon habe ich jetzt schon 19 gefunden das ist so das einzige was man hier in der Höhle findet und ich gehe mal richtig davon aus, dass noch keiner Salz gefunden hat Salz? ähm wir sollten Salz suchen? ja ja was heißt die Säulen wie sieht es aus? salzig so wie sieht es aus? ja weiß halt da schatten wir gerade an der Wand ne? so ich denke das kann man ungefähr so mit Eisen vergleichen vermute ich jetzt mal ach so ganz so ordentlich nur sagen, weil es hat ja noch keiner gefunden aber ich habe einen Mondstein gefunden und ich habe ein Fossil gefunden übrigens und ihr? habt ihr schon ein Fossil gefunden? hä? hä? ja ihr ehrlich? nein ich wollte gerade sagen ich wollte gerade sagen Juli? Juli? ja wir können Juli nicht mehr hören das war mir schon das kam mir schon wieder so spanisch vor weil ich sie so lange nicht mehr gehört habe jetzt wo du es sagst fällt es mir auch gerade auf ja 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 weil sie nicht auf mein Fossil reagiert habe sonst wäre es mir natürlich nicht sofort aufgefallen ja keine ahnung wie lange ich glaube schon ein bisschen länger also nicht viel ich dachte gerade da war eine Spinne äh noch nicht so lange aber da geht sie hmm geht sie von uns immerhin nimmt sie nicht mit auf das wäre dann ja nerviger ja umso ärgerlicher wäre es gewesen ich weiß aber auch nicht was da verkehrt ist ich meinte vorher ging es ihr auch ich meinte vorher ging es ihr auch ich meinte vorher ging es ihr auch das war einfach nur ätzend bevor war es immer so dass sie einfach immer nur rein und raus gehen konnte bei T-Speak und dass sie dann meist schon ausgerätigt hat dann musste sie nicht neu starten oh ich habe beinah in die Lava gefallen oh ich schreck mich noch nicht so oh fuck hab ich voll erschrocken ich mich auch und das haben wir zusammen gemacht selbst das machen wir zusammen hallo Juni hallo ach krass du brauchst nur raus und reingehen nein du sagst hat Enno das eben erzählt ne ich beende TS meine ich ja und start ist dann neu ja ja dann geht das wieder ja weil du vorher ja immer irgendwie PC herunterfahren musstest weil dann Knoiweil werden und das nicht geht also gestern vorgestern lief es komplett ne ganze Stunde ohne Probleme durch ich mein von Anfang bis Ende ich weiß nicht warum es jetzt nicht geht das ist der Stranger Stranger Anwendung fehlgeschlagen ungültige Sitzung waas lass mich rein ja ich hab das aufgeregt nicht mitbekommen deswegen musste ich dir das nochmal sagen ja da hab ich dann gemerkt okay keiner reagiert mehr auf mich da hab ich gemerkt ja Juli reagiert nicht weißt du ich sag's dir nur ungern aber selbst wenn du mich nicht hörst ich hör dich noch deswegen hab ich das ganze Gespräch okay Juli ist wieder raus hab ich schon wieder gehört okay ich muss meine Minecraft neu starten ich darf nicht ins Spiel kommen so gut dann bis gleich ja bis gleich wir ich das ich wird sehr lange entfernt sein vor allem ja auch weit entfernt ich mein von mir am weitesten ich hab mich so als ab man mich nicht noch hören könnte oder so ja genau dieser dieser eine Raum der uns sobald sie eine Wand sobald sie nicht mehr online ist kann ich sie nie wieder hören genau ich mein es ist ja völlig logisch das klang jetzt gerade Enno ist schon wieder so gemein zu mir heute ja ne ist mir auch schon aufgefallen ja ne wie kann er nur irgendwie hat er heute echt nichts das ist hier so ne Verschwörung heute oder wie ja ich weiß auch nicht was er hat das geht irgendwie teilweise echt gar nicht ja Dennis hm Dennis wird was sagen äh ich spiel mal nett sein aber deswegen immer ich werd böse ähm ja böse und nette dich das selten ich hab nen schwarzen Bildschirm was ah ja naja das ist Juli ist nicht mehr auf dem Server also musst du auch weg nein Quatsch keine Ahnung heute hat jeder irgendwie alle hauen abacken also echt bin ich raus jo du bist weg ja ich kann dir das nicht beantworten ich bin auch weg ich bleibe komm wenn was wolle oh 21 war 21 muss Schicksal sein oh jetzt nicht mehr scheiß Uhr scheiß Schicksal kann man übrigens mittlerweile einmal die gefüllt sind stacken ne ne nein nix kann man was kann minecraft eigentlich irgendwie startet sich bei minecraft überhaupt krall gar nicht löse hier bitte löse lalalala 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 pizze ich die da ein ich probiere gerade mal alles mögliche an Gerätschaften durch was dass ich uns möglichst effiziente Tools machen kann geil mhm wir haben auch schon so ne so ne geringe wie kann ich mit aufgabenverteilung wo ich noch mal ein Eimer füllen ne hm weißt du ein Eimer ja noch ein Grund wo ich das kann also wir haben schon so ne so ne geringe aufgaben rollenverteilung naja verteilt ja du bist die einzige so die noch keine Aufgabe hat also was würdest du denn gerne machen wollen enno ach du würdest gerne enno machen ich verstehe ja ja also war die Frage jetzt an mich oder an Charlie gerichtet an Charlie doch oder? an Charlie hä? quatsch enno hat seine Aufgabe ja hab ich nämlich auch gedacht war an Charlie gerichtet naja klar war es an Charlie gerichtet ich bin nicht mal ne Stunde dran darf mich doch ein bisschen rumspielen und sie hat enno geantwortet also ihre Aufgabe soll enno sein ja finde ich gut akzeptiert zu die wird die sicher die Untertitelung des ZDF für funk, 2017